Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Together Hunger Games Minecraft Hunger Games Mit dabei wieder der Danny Oh Und ich Jo, die Runde startet gleich Schauen wir mal, wie weit wir kommen Grüner Superman Creeper Superman So, okay, da ist er drauf Schlüssel Glüpfer In Cape, nischt Haha Billig Oh yeah Falls es hier keinen Spiegel gibt, dann könntest du mal deinen hässlichen Skin sehen Was? Schade, dass es hier keinen Spiegel gibt, dann könntest du mal deinen hässlichen Skin sehen Hier sieht man meinen Skin Nein, es geht los Loll Loll, ich bin im Wasser Ja, Richtung Sonne, oder? Wo ist die Sonne? Da wo die Sonne ist Ja, ja, ich sehe sie Ah, nee Andere Richtung, da spürst du Okay, genau Gegengesetzt Wie viele diesen Lombard Check mitnehme Ja, gut Hä? Jetzt da Gehen Gegengesetzt Jetzt habe ich Ähm, ja Jetzt habe ich Ähm, Schwäche Jetzt ist Tag Vielleicht war das vorhin ein Bug Und denk dran Und denk dran Nicht so viel Sprengen Ja Mache Baut schon Trees ab? Bist du mich irgendwo? Ja Scheiße hat das geklappt, ich wollte dem das Holz weg snaggen Komm zu mir und snag mir das Holz Ah, hier sind Schweine Loll Komm schnell Hast du es ja? Ja Warum treffe ich das nicht? Ich mach schonmal, äh, hier Werkzeug Ja Wie viele Sekunden noch 30? Ja Ist da neben uns jemand? Ein Schaf Ah, okay So Gehen wir direkt runter? Ähm Ja Hier ist ein Spitzhacker Hier, oder? Ja Und Abwärts Ich hör sogar ein Zombie hier Ja Jetzt geh ich direkt an der Höhle Ja, ja, gehört Plupp tot LoL 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 Das hat sich fast bewahrheitet Was ist das? Die machen Ofe Kann ich noch nicht? Ich brauch noch zwei Steine Weg da Ja Ah, okay, danke Ah, okay, danke Äh, duck dich, da hinten sind Spieler, zwei Stück Ich mach noch mal weg Ich mach den Ofe schnell Ich mach den Ofe schnell Und ich fang ja mit Eisenerbau Hier ist Eisen Ach, Leute, ich mach den Spitzhacker erst Stein Ach, Leute, ich mach eine Spitzhacker erst Ach, Leute, ich mach eine Spitzhacker erst Stein Achso Ich hab das Holz glaub ich Obe Äh Obe liegen gelassen Außer was er Oh, gleich gibt's nichts Sorge Sorge Habe ich dir schon ein Stein Schwert gemacht, Neger? Nein, hier hast du Eisen direkt Ach, scheiße Also, ja, ne, gut Körnernofen Ja Ja Ich hab Angst hier die ganze Zeit stehe zu müssen Ja Ja, guck, scheiß drauf Wir haben hier fünf hier Eisen Ja, super Es nützt uns auch nix, wenn sie uns gleich tot schlage Ja, dann nicht, ne Ich hab keinen Stein mehr Ne, wir sind in der Höhle Achso, wir können wir selber abbauen Achso, wir können wir selber abbauen Ja, ist ja gut Ich bin halt gewohnt, dass du mich schön versorgst mit Steinen, Cola Ich hab ein Eisenschwert, da hinten sind Sklette Was wollte ich jetzt machen, Ofer? Ich hab die Sklette schon Es war halt Ah, hast du noch, ähm Hast du noch, ähm Wie heißt's? Was? Ähm Hab's vergessen, was ich sagen wollte Was wollte ich sagen? Hast du noch Holz? Ja Da liegt dein Eisenschwert Da liegt dein Eisenschwert Was kann man mit fünf Eisen machen? Ich hab noch Eisen Ich komm gleich Schau mal einen Helm Nee, jetzt bin ich wieder stark und das ist stark Ha, stimmt was nicht mit diesem Werwolf Jetzt ist übrigens fertig Hab gekocht Vor deinem Schwert hier despawnt, äh Was hat dein Schwert hier despawnt, äh? Mega große, große Höhle Wo ist das Eis da hin? Achso, ich hab ja nen Helm gemacht oder ich komme zu dir was ich möchte die höhle ist echt riesig hast du auch ding mitgebracht was kohle ja danke bist du das Ja Paranoid, ey Schon wieder so scheiße Erde Boah, nee, die Geräusche Ganz schlimm Ja, ja, ich duck mich, ja, gleich wieder So Kann ich das aneisen oder soll ich nochmal losstarten? Hmm Es reicht für eine komplette, ähm Eishore ist schon, glaube ich Weiß mal, fackeln her Aber da wird zwei Wurla Würde ich sage, du gehst nochmal Ja, jetzt warte ich, komm mit Okay, zu warte an deine Öfe Da Ja, komm Jetzt warte halt kurz Mensch Wirst du das? Ja Sechs, sieben Brauche ich, glaube ich, oder? Brauche acht Ungeduldig, ey, das stimmt mit dir Ja Ja, ja Hey, das, der, das scheiß Ding spinnt total Jetzt bin ich wieder schwach Und wir haben noch Tag Ich mache einen Eimer noch Das Eis ist gleich durch Und ich mache noch ein paar Spitzhacker Äh, hast du noch Stein? Ja, warte Ja Da, da, komm mal her Achso, warte mal Stell mal in den Ofen hin Achso, brauchst du? Ich habe hier noch zwei Ja Schmatzen jetzt so laut Mensch Nachher hören uns die Nachbarn Gucken wir mal, wo der nächste ist Ah ja, stimmt, ja Da hinten Oder wollen wir direkt hochgehen Und die Leute weg snacken Ja, genau Mit, mit Helm und Und T-Shirt Ja, okay Ja, genau So, wo ist denn hier so viel Eis? Ich muss mal erzählen Hier ist schon mal was Eins, zwei Drei, vier Ich habe auch Also, sammeln noch mal so, so Zehn Ja, lieber Zwölf Eiser Und ich auch Und da haben wir Genock Ich habe neun schon Toll, eine Spinne Toll, ich habe die hier die ganze Zeit gehört Ah, hier Schau Einer Schau Du das Hose und Schuhe Große Eins ist fertig Sichern, weil ich gerade schwach bin Obwohl es nacht ist Ja Ah, je, oje Reicht net Brauch ich noch Eiser Oder Ähm Ich habe hier ne Eisen Ne, es reicht Naja, es fehlt Glaub ich zwei Eiser Ja, gut Die hole ich Ja, bring lieber Ein bisschen mehr mit Oder ein Eiser Fehlt sogar Zwei Äh Alter, hab ich die Maus gerade Fahne Dreckig Zombie Fick die Henne Was fehlt denn du? Hau ab Oh, der hat Eiser Falle lang gelassen Alter, ein Eiser fehlt Ne, stimmt gar Drei Eiser Fähne Null Null Damage Okay, das ist gut Wo kam der her? Da ist deine Hose Wo kam der wohl her? Der ist hier direkt wahrscheinlich vor unserer Nase gespawnt, so dumm wie es hier ist Alter Ich glaube schon nicht, wie ich mich gerade erschrocken habe, ey So, da sind deine Schuhe Volle Eiserüstung Da Jetzt brauchen wir noch Lava Machen wir dir noch einen Eimer Hat's doch geleuchtet Da ist der Eimer Da ist der Eimer Ach, du haust natürlich wieder ab Lava Creeper hinter dir Kein Damage Da ist der Eimer für dich So Fleisch habe ich noch drei Stück, wie viel hast du? Keins Ich gebe dir Zwei Ja, was machen wir? Fall mal Lava war oben, ja Also die Taktik mit der Lava hat letztens Habe ich da überhaupt aufgenommen? Ne, habe ich nicht Scheiße Die hat ziemlich gut geklappt, die Taktik Bist du hinter mir? Ja Aber nicht so schnell laufen, bitte Ja, wir sind bei hoch Weitern oder so Mit Holz hochbau und ich habe Holz ganz viel Ja, ich habe gar kein Holz mehr Außer 14 Stück Ne, doch Nicht mit dem Holz Aber schwenderisch kann man nicht sein Oh, und da habe ich das Holz liegelassen Stimmt, ja Entschuldigung Naja, ist doch wahr Also schäm dich Ich bin natürlich schwach, oder? Das kann nicht wahr sein Das ist finsterste Nacht Und ich bin schwach Und tatsächlich Dahinter leuchtet So, der nächste Ist das Lava, wo dahinter leuchtet? Ja Lava Einmal Fülle Und dann nix wie nach ober Wie nach oben Ja Nach ober Halt hochbau, oder? Ach, esse bräuchte man, aber Pilzbiome werden Hast du Lava gefüllt Deinen Eimer? Ja Pilzbiome werden Schlecht Such mal eins Wollen wir gleich Zum nächsten Gegner Den weg snacken Ja, nachher Wie gut ist der ausgerüstet, ey? Ich weiß ich denn nicht Also in die Richtung, wo wir gehen Sind keine Gegner Nö Da oben steht einer Hä? Rechts oben Oh Mach mal deine Sichtweite höher Da oben steht einer Da auf dem Turm hochgebaut Hat er Eiserrüstung Eiser Schwert Aber nicht komplett Hose und Hose Ja, aber hinter uns Der ist näher Ja, nee Ja Laut dem Ding, ja Ja gut Aber den Den sehe ich hier sogar Gehen wir zu dem hin Der hinter uns ist auch oben Zwar da Na lol Und weißt du, was wir da machen können? Da gehen wir hin Das zündet mal an Ist das Ding komplett aus Holz? Ja Das ist komplett aus Holz Das zündet mal direkt an Ich kann Feuerzeug noch machen Nein Hast du Flint? Nee, aber wir können auch Lava raufschütten Ja, aber bis das Ja, okay Brennt ruhig Oder? Ja gut, wir haben Zeit Ja Nix abbaue Scheiße Ich hatte das nicht gehört Kann man gedruckt gehen? Nein Mit Ja, hat er Was? Sag mal, der hat hier noch ein Standbein Ja gut, das fackelt Ja Mach ruhig genug Lava Hast recht Und mach solche Dinger Dass es so fließt Wie so ein Ding Dann hört es nämlich nur mal auf Scheiße doch Das wird hark Ich werde wieder stark Ich hoffe, der ist da oben auch Pack mal ein Eimer jetzt raus Ich glaube, der ist gar nicht da oben Der rennt da vorne rum Der ist nicht da oben Der hat keine Rüstung Komm mit Wo ist er? Da vorne In der Wüste In der Wüste Richtung Sonne? Ja, Richtung Sonne Du bist angegriffen von der Spinner Ja, ich höre es Bist du da? Ja, gleich Ja Sie hat sich ein Lava geschmissen Äh, der hat sich ein Ding geschmissen Ist er tot? Ja, er ist tot Der Blava war wieder voll übrigens Ja, ich auch Ähm Warum hat er sich ins Feuer reingestellt? Das verstehe ich nicht Der Nächste ist In der Richtung Wo das Ding ist Wo das Haus ist Da ist noch einer Oben? Ja, da ist noch der Süßen Hat der Flint dabei gehabt? Nein, das brennt nicht mehr Ich sehe es auch Mach gerade mal hier Brote aus dem Esser Doch, es brennt wieder Ja, es brennt Guck Ja Geh mal hin Nachher springt er runter Ja, es überlebt er nicht Ja, sag das nicht Ja, ich geh Ja, ich komm mit Achso Wie geil So ein Idiot Hier liegt da schon was Hat er runtergeschmissen Hier nicht Flint übrigens Oh, perfekt Guck, wie er Panik kriegt Ist er oberst? Sag, wer nach unten springt Ja, der ist nach oben Ach, er baut die Dinger ab Die brennen Ja, super Was machen wir jetzt? Uns hochbauen zu zweit Ganz schnell Ja, sicher Wie schon Ich meine, wir können uns auch direkt Und das Holz bauen Ich zure das Ding nochmal komplett an Ich habe Ich schmeiße mal ein Feuerzeug hin Ich habe nämlich zwei machen können Okay Du musst dein Inventar ein wenig leer machen Was, ja? Habe ich schon Guck, wie er sich abbaut Kann man Hast du noch Hast du noch Cider? Ja, einen Dann gib her Ich kann mir einen Bogen machen Noch einen Der baut sein Zeugs aus Habe ich Pfeiler Nein, ich habe keine Pfeiler Auch keine Ich habe die Workbench dahinter Der kippt einmal Lava runter Der kippt Lava runter Jo, der zählt sein Haus selber an Los, hochbauen Und fand es Sinn Jetzt warten wir mal ganz kurz bitte Ich muss Oh, ich hatte noch die Workbench Und ich muss mir erste Progen machen Da kommt einer Der baut sich hoch Auch hochbauen? Warte, warte, mal anzünden Ach ja, stimmt ja Scheiße Er baut sich den anderen Typen hin Kann mir recht sein Ich habe den Boah, ich habe den echt Erst im letzten Moment gesehen Pass auf Die Lava auf Ja Wie sie alle mit Holz hochbauen Wir müssen achtgeben Dass hier keiner mehr kommt, gell Kann ich jetzt in Ruhe Mir einen Bogen mal baue, Jungs, ey Ist ja gar nicht Sind jetzt deine Wude, oh Mann Hey, gib bloß acht Wenn der da runter springt Und dich runter schlägt Guckst du? Nee, ich guck gerade nicht Ich baue mir gerade einen Boker Ohne Pfeiler Fremd komplett Ist der da oben? Keine Ahnung Ich glaube, hier ist einer Rotte gesprungen Da hinten Nicht ganz viel Kram Ja, Rüstung Liegt da hinten Ja, kann das ja Ich guck mal, ob der Pfeiler hat er Der andere baut sich immer hoch Aber das Feuer geht mit ihm hoch Fuck, jetzt hat es aufgehört, glaube ich Das Problem ist Der kommt dann immer runter Wir brauchen Pfeile Wenn ich Pfeile habe, kann ich den runter schießen Hat der Essig gehabt, der wo gestorben ist? Der wohlt sich runter wieder Ja, kann er Der stirbt Da brennt der letzte Block Er kann in zwei Er hat Feuer gefangen Ja, ähm Warte mal, ich tu mal hier das Wasser zu Bau Guck, ob er runter springt Ja Damit er hier dann ins Wasser reinspringen kann Pass auf, neben der brennten Baum Warte, dass ich nach rechts Da hör mal, geht ihr das Holz aus Ja, sagt das nicht, wenn der dieses Zeug dabei hatte Ja, dann brauche ich mich auch nach oben Und Zünd das wieder an Ja, so Kann man sich dann Wie kann man sich denn nochmal Pfeile machen? Weil dazu braucht man Flent Ah ja, der hat die verzauberte Holzacker Axt Jetzt fliegt er Und wenn er das weg macht Ne, der hat auch Rüstungssacker Oh man, 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 man Dahinter ist ein Spieler Wo? Hinter uns Ich seh ihn Geh mal hin zu dem Lass es ihn erstmal allein Ach, da ist diese Plattform, wo es spawnt Zwei, vier, sechs, sieben Spieler noch Da sind die Gegenstände spawne da in 30 Sekunden Bist du da? Mach ein wenig Ich bin auf dem Weg Fuck, ich hab damage gekriegt Hat er das jetzt gehört? Da ist er Lol, der hat auch einen Eimer Lava Idiot Erstaunt Er hat Pfeile dabei gehabt Hier sind die Kiste Guck was drin ist Verzauberung Diamanten alles Alter, ne, ist ja kein Wunder Wie die da jedes Mal rankommen Halt ausschauen Ja, ich kann grad net Ich guck, dass ich die scheiß, äh, Pfeile krieg Jetzt hab ich's Jetzt hab ich's Jetzt hab ich's Komm jetzt Da ist ein Diamantrüstungsstück drinnen Da ist noch ein Diamantrüstungsstück drinnen Crap, mal loswerde, hier Noch was interessantes gefunden? Ne, ich bin fast komplett ausgestattet mit Diamant Verschwert Äh, ja Ohne Ende Hast du TNT mitgenommen, Weng? Nein, hab ich nicht Ich hab'n Wurftrank der Langsamkeit Und Gift Ja, da musst du Acht geben Und Heißt das nicht stärker? Strange? Oder wie das heißt? Ne, ich hab auf Deutsch eingestellt Was heißt das? Warte mal, ich werf dir einen zu Also Mit Q Moin, hab ich mal guck, ob hier noch einer ist Du hast den Helm Wir sind, ja Wir sind, ja Wir sind, du hast meine Brustplatte Wir sind nur noch zu Wir sind nur noch, äh, zwei Spieler Wieder zurück zu den anderen Typen? Zwei Gegner Ja Moment, ich hab Pfeile, ich hab sogar Pfeile und Boga Und TNT Geh mal zurück zum anderen Der stand nämlich Was denn? Da runter, nicht da runter Du hast genug Essen? Warte, ja Willst du auch was haben? Ne, ne, ich hab auch satt Ach, weiß Die Schnitzel Alter, wir machen das Das machen wir Ja, nicht so feuerlich Wir hätten das sprengen sollen, die Küste Nachher geht da noch jemand hin Rauscht sich mit dem Restzeugs aus Ne, ich hab einen Ja, aber trotzdem unsere Eisesache, Alter Also der Nächste Äh, Nino, der Nächste Da ist keiner mehr Okay Der Nächste ist In der Richtung Welche Richtung? Guck mich an Ja Bei mir zeigt's da an, wo wir grad waren Ehrlich? Jaja, da, dann hier Pinucu Jetzt, äh Immer grad aus Da vorne ist er, da rennt er Wir sehen Der fliegt Nee Ich hab einen Wurftrank der Langsamkeit Tot So, jetzt der Letzte Sonst sind wir die Letzte zwei Der ist in die Richtung Ich hab keinen Wurftrank ausprobiert Warte mal, lass mich mal Scheiß auf die Wurftränke Du wirst womöglich noch Selber getroffen vom Wurftrank Ähm Dieses Strange Strange heißt Stärke, oder? Ja Also ich hab einen Soll ich uns den anschmeißen? Äh Auffassen Was heißt Auffasser? Targetpointing Ja, wo? Wir sind zu zweit Wir sind nur noch Guck auf die Löschter Ja, hinter dir sind Dings Was machen wir? Komm, ich hab ne Idee Komm mit Fickt euch, scheiß Spender Man kriegt sowieso nix So Jetzt pass auf Wie wir's machen Wir blockieren den Server die ganze Nacht Ja, genau So, bleib stehen Stell dich in die Mitte rein Moment, warte Geh mal weg Stell dich da in die Ecke rein So So, ich komm zu dir Und jetzt hast du dein Feuerzeug parat Anzünder Ich lebe Kornstein 70 wins Ja, perfekt Alter, ist so Lava jetzt hier Nice Oh, yes Yes, yes Die erste Hunger Games, wo wir gewonnen haben Verdient Perfekt Aber richtig Das haben wir gut gemacht Jo, dann vielen Dank fürs Zuschauen Und Wir sehen uns beim nächsten Mal Tschö Tschö